Wieder ein herzliches Willkommen bei Resident Evil 4. Beim Händler haben wir letztes eingekauft und ein wunderschönes Bild. Ein wunderschönes Bild. Und ab der Schreibmaschine nachgeladen und wir gehen hier auch gleich in die Tür. Ich bin mal gespannt, was uns diesmal erwartet. Bitte keine Zombies. Sieht doch nach... Oder, oder? Sieht doch... Nett aus. Grünes Kraut. Nette Bilder. Das sind so typische Bilder, die in den Schlösser rumhängen. Also von daher... Das ist nicht so erschreckend. Pingeln! Ähm... Okay. Ich muss wahrscheinlich die Flasche treffen. Die kommt so hervor. Aha! Okay. Was sind wir hier? Hier finden wir einen Krug. Bis holen, Muni. Ich bin... Ich bin... Ich spür mal, bis man es da... Ich weiß, wir müssen eigentlich ein spannendes Lange, aber ich will mal wissen, was da kommt. Ein Raum. Und da hinten kommen wir dann wieder zu der einen Gegend wieder raus. Das ist cool. Aber auf jeden Fall hier mal ein bisschen Munition aufstocken. Das kann nicht falsch sein. Mitgenommen. Und da schöne Kreuzchen. Immer. So. Und das nehmen wir auch noch mit. Ah ja, nein, nein, nein. Die nehmen wir nicht mit. Ach, du bist so... Wo ist sie? Schauf! Ja? Nicht mit mir die. Oh, ein Ei. Ein Spine und sonst nichts. Und hier sind wir wieder. Und wir werden hier gleich zurückgehen. Oh, da haben wir eine Kiste vergessen. Das... Ah, die 700 Pisas hätten wir uns auch sparen können. So, alles mitgenommen. Vielleicht noch irgendwo in der Decke oder so. Nee. Okay, geh mal raus. Okay. Es war Zeit, ernst zu machen. Und zwar... ziemlich ernst. Das wird jetzt kein Zucker schlägen. Ich verspreche es euch. Eie. Ach du... Lalalala... Ähm... Ähm... Fuck! Was mache ich hier? Das geht nicht! Tor ist offen. Wobei, wie... Ah! Ist das mies? Ist das mies? Ähm... Okay, okay. Ähm, 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 ähm... Ähm... Schroben und ich sparen wir uns. Wir machen uns hier im Bund. Denn... Okay, okay. Der ist da drin etwas eingesperrt. Der kommt eh nicht raus. Außer... Er macht das Tor irgendwie auf. Das denke ich aber eher nicht. Gut. Du kannst mal liegen bleiben. Da ist immer noch einer. Ja, ja. Ziemlicher Sturkopf. Sag mal... Keine Muni? Okay. Nehmen wir mal eine andere. Nehmen wir die. Für dich. Ja, ja. Ja. Na ja, du kannst mir ja hier nichts mehr, oder? Okay, das geht. Hier bin ich. Hier bin ich. Dreh dich um. Okay, mies ist das schon ein bisschen. Also ich bin das schon ein bisschen unfair von mir. Aber die haben angefangen, ja? Die haben jetzt erst dieses komische Käppich gesperrt. Ich bin doch auch kein Tier. Auch wenn ich jetzt nicht backen kann. Tiere im Käppich gesperrt. Ich haben wir. Und du bekommst auch den Sampler ab. Keine Angst. Muss ich dich unterbinden fühlen. Das ist auch ein großes Schloss. Oh mein, das ist nicht aufgetreten. Aber jetzt mit Kraft. Immer noch welche. Hartnäckig. Haha. Aber wahrscheinlich die Sanduhr genommen, wo du das. Auch wenn das Teil uns nicht viel bringt. Bam. Du willst halt auch noch Stress. Kriegst du. Kriegst du. Bam. 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 Danke. Super. Super. Na. Du kleiner Hoden. Schreck mich doch nicht so. Sag mal, seid ihr unendlich oder was? Das war eh doof von mir. Die kaputte Seder 4. Äh. Was ist das für ein Teil? Ah. Okay. Die Teile gefallen mir nicht. Oh Mann, ey. Uns fehlt die Munition. Okay, das war der Rotwein. Und jetzt können wir hier nichts machen. Oder? In dem Schrank war eine Blendkanade. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. So, mitgenommen und... Wo sind die Klinge mitnehmen? Kommt ihr irgendwie auswählen und beziehungsweise mal irgendwie ansprechen. Vielleicht lebt ihr ja noch. Hallo, liebst du noch? Ne. Okay, durch die Türe. Oh, hier erinnere ich mich noch ein bisschen. Das ist hier nicht cool. Das ist eine Stelle, die ziemlich mies ist. Ähm, ich habe hier mal früher einen Trick gehabt, aber die meinte ich natürlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich meinen hatte. Irgendwie kommen die dann durch die Türke dort. Was ist das Unfaire? Ich würde sagen... Wir lassen denen gar nicht die Chance hinten anzugreifen. So, die wir lassen ihnen keine Chance. Sag mal! Was haben die für eine Reichweite mit dem Teil? Sag mal, nein! Die haben eine extremen Reichweite mit dem Teil. Blendgranate. Ähm... Zuerst die Roten. Die sehen gefährlicher aus. Gut, da kommen die da so ein ekelte Ziel raus. Das muss uns erstmal angreifen. Okay, hier schießt... Kommst du her? Irgendeiner schießt hier mit einer Armbrust. Den werden wir auf jeden Fall auch noch kriegen müssen. Oh. Alter. Der hätte ich aber das Spiel ein bisschen angerufen, wer hätte er durchgekommen. Dann! Da liegt nicht echt ein Raketenmerfer drin. Da müssen wir ja keinen kaufen. Okay, was machen wir jetzt? Ähm... Wir müssen da ein. Da oben kann man, glaube ich, rein... Ja, ja, ja. Da oben kann man wahrscheinlich rein. Noch irgendjemand. Aber wir sehen uns mal mit dem Mann. Ich glaube, eine Brücke kommt dann, oder? Ja, eine Brücke. Richtig. Es gab irgendeine Stelle, da kommt die oben durch die Türe. Da habe ich mich schon mal erschrocken. Das wird mir wahrscheinlich jetzt auch passieren. Auch wenn ich weiß, dass die kommen. Alter, die Stimmen. Seid da oben? Seid da oben? Ich wette, ihr seid oben. Okay, geh mal einfach mal hoch. Sag's doch. Türe haben wir gehört. Wie schnell! Gut. Ja, Platz, da kommt. Das können wir so denken.